Detektiven Raymond Gehen wir doch mal dahin Feuer speichern wir schön Sobald's was schief geht Ah, noch eins weiter So Wollen wir noch mal gucken was der gute Raymond zu berichten hat Oder vielmehr wie wir ihm berichten können Wenn wir die Quests mit dem Kalkstein bei der gehen Ach doch nicht das Schild lesen, ne Geralt Sollt doch die Tür aufmachen Das heißt wir müssen auf jeden Fall mal in den Sumpf zurück Die Salamantras Was machen die denn schon wieder hier? Ich werde euch töten Oh Woalai da kann ich keine Zauberwürgen da der Detektiv kann da auch mal zu hauen, mein gepresst komm schon ey danke danke ihr habt mich gerettet die Dreckskerle wussten, dass ich hinter ihnen her bin was ist passiert? Salamandra ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen ihr seid jetzt in Sicherheit? wohl kaum die folgen mir unablässig was sollen wir tun? ich lege eine falsche Spur ihr verhört die zwei neuen Verdächtigen wen? hier, nehmt diese Notizen es ist die Liste der wichtigsten Hinweise und Verdächtigen was habt ihr jetzt vor? sie sind mir auf den Fersen also muss ich verschwinden ich werde sie ablenken ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen ich werde euch finden weißer Wolf weißer Wolf wir haben wir haben So wie das. Das sind ja mal ganz neue Erkenntnisse hier. Manchmal, was bei der Quest noch rauskommt, ey. Wenn wir das jetzt von den beiden waren. Kaufmann Leuwarten oder dieser Bockfleisch-Typ? Bockfleisch, glaube ich, der in der Taverna sitzt. Der Pokerspieler. Wirklich Spieler. Wirklicher. Noch klappt mal die Quest angucken. Wenn wir schon dabei sind. Quest auf Kader verfolgen. Und wir müssen... Hä? Muss nur Leuwarten. Verraschende Tobas. Wer ist Leuwarten? Ist das der Typ am Deich? Naja, wir werden das rausfinden. Der Nickrige soll, dass das nicht wird. Versuch den anderen Shop, Digger. Muss ja nicht als Torwacher vergammeln. Da unten sind ertrunken, ne? Leuwarten. Keiner war es. Tralalalala. Ey, wie die sich schon auf mich zielen, ne? Das war der Astral. Aha. Ich kann's nicht gängig ausrechnen. Ich bin ein Hexer. Lass mich. Ich bin ein Hexer. Ich kann's nicht top board fahren. Was ist denn der Typ? Was ist denn der Typ? Moment. Moment. Was ist denn noch ein hellender? Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Typ? Wäre wohl ein Witz, wenn ich jetzt hier medit... oder ich könnte ja meditieren, warum nicht? Wir müssen eigentlich noch genug euer Feuersteine haben. Also warum nicht, gönnen wir uns die kleine Pause. Meditieren bis zum Mittag. Meditation beginnen. Ei. Alaikum salam. Wuhuu. Leuwarden, da oben ist er. Hach, ich wusste es. Hallo Wofi Hund. So, da wollen wir den Decken nochmal ausquetschen. Declan Leuwarden. Na hallo. Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ich habe abkasiert. Ja? Ich vermute, ihr wisst etwas über die Salamandra. Ich weiß nichts. Wir werden sehen. Kann ich mich wieder der Arbeit widmen? Wir müssen über eure Geschäfte mit den Salamandra reden. Ihr habt bezahlt, damit der Professor freigelassen wird. Warum sollte ich mich um einen Verbrecher bemühen? Warum nicht? Würde ich das so ungeschickt anstellen, dass ich selbst ins Visier gerate? Ich glaube euch nicht. Ich habe keinen eindeutigen Beweis, also lassen wir es gut sein. Vorerst. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltet ihr euch öfter auf eure Instinkte verlassen. Bockstein befragen. Dann machen wir das doch direkt gerade. Hauber, mein Fahrzeug. Sperr, ich weiß mal, wie ich weiß. Sperr, ich weiß mal, wie ich weiß. Sperr, ich weiß nicht. Sperr, ich weiß nicht. Man muss von diesem Haus mal in die Stadt zurückgehen. Die 400 Orang kann man gut gebrauchen, die sind gut angelegt worden. Die Haufen. Wolle. hallo noch gehen die Torwart gar nicht zu meckern aber doch ich würde schon waren